Ho 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 ho! Geht los. Moin. Wann? Jetzt. Moin moin. Ja, heute ist Tag 21. Also rück' nochmal näher. Ja, es wird langsam und so, ne? Ja. Wollen wir mal gucken, ob er es reißen auf. FDR verpackt hat auf Tag 21. Oh, nach innen geht er auch. Oh, der ist ja, der ist schick. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, Rückseite schwarz. Oh, der wird bestimmt auch gut. UV-Aktiv. Na gut, weiß. Ja, das Weiße und hier sind so Glitzerpunkte drauf nach vorne. Schwarz-Weiß mit Glitzer. Ja, der ist schick. Rückseite nur schwarz. Oh, der ist schick. Von dem würde ich mir auch das versprechen. Aber einiges. Und zweieinhalb Gramm. Ja, der gefällt mir ja gut. Also die Dragon Serie, die gefällt mir ja richtig gut. Wir haben doch mal, als wir angefangen haben mit den Els Brunos, so einen kleinen schwarz-weißen. Der war auch genau so. In der Länge waren die Farben geteilt. Schwarz-Weiß. Ich meine, da haben wir auch einiges gefällt. Das passiert noch nicht mehr. Also das ist schon, ich finde das schon nicht schlecht. Wie gesagt, schwarz-weiß haben wir ja immer gesagt. Das ist schon bei Taste ganz gut. Also die Dragons gefällt mir aber echt. Ich habe mir gefallen dran gefunden. Ich finde es gut. Ja. Ja. Sonderfarbe schwarz-weiß. Rückseite schwarz. 2,5 Gramm. Gut. Ja, vergesst das Gewinnspiel nicht. Genau. Übermorgen ist letzter Tag zum Eintragen für den 4. Advent. Aber zu schreiben auf den 4. Advent bitte. Und am 23. 0 Uhr letzter Tag zum Kommentieren. Und am 24. gibt es dann den Gewinner. Ridy Ridy. Ridy Ridy. Ridy Ridy. Ridy Ridy. Ja. Wenn euch der Tag gefallen hat, dann können sie uns gerne ein Like da lassen. Oder ein Abo. Oder ein Kommentar. Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis morgen. Bis morgen. Ja. 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 Vielen Dank.